Mein Name ist Toni und heute erzähle ich euch meine Geschichte. Ich bin zu dem Zeitpunkt 26 Jahre alt. Ich führe ein sehr, sehr glückliches Leben. Ich bin ein Einzelkind, mein Vater, meine Mutter. Wir lieben uns über alles. Ich bin alles für meine Eltern und meine Eltern haben wirklich alles für mich getan, was sie tun konnten. Und dafür bin ich denen bis heute natürlich noch dankbar. Aber ich fange mal wirklich sehr, sehr früh an bei meiner Einschulung. Mein Vater und meine Mutter, übertrieben aufgeregt. Übertrieben aufgeregt. Sie haben diese kleinen Kameras dabei. Früher gab es das nicht so mit Handy-Selfie und mach du mal ein Foto, gab es nicht. Wir hatten diese kleinen Kameras mit diesem Film drin, Batterie drin und haben so unsere Fotos geschossen. Mein Vater war noch extremer aufgeregt als meine Mutter. Meine Mutter musste an dem Tag gefühlte tausende Fotos machen. Dann war ich in der Klasse, ich gucke aus dem Fenster, mein Vater winkt mir die ganze Zeit zu. Ich winkt meinen Vater zurück, ich winkt meiner Mutter zurück, die anderen Kinder. Da waren auch keine anderen Eltern. Meine Eltern standen alleine da, mein Vater wollte einfach nicht gehen. Er war so heftig aufgeregt, das war nicht mehr normal. Ich erinnere mich wirklich sehr, sehr gerne an diesen Tag. Da habe ich einfach wieder mal gespürt, wie sehr mein Vater mich liebt. Mein Vater hat auch nie zugelassen, dass meine Mutter mich abholt. Mein Vater hat mich jeden Morgen zur Schule gefahren und hat mich auch immer von der Schule abgeholt. Und so vergingen dann die Jahre. Ich habe eine wunderschöne Kindheit. Eine wunderschöne Kindheit. Alles, was ich mir gewünscht habe, habe ich von meinem Vater bekommen und von meiner Mutter bekommen. Ich habe viel Liebe bekommen von denen. Und mein Vater war auch ein sehr, sehr erfolgreicher Immobilienmakler. Meine Mutter hat mit ihm zusammen in der Firma gearbeitet. Irgendwann mit 16 habe ich mit denen auch dann angefangen zu arbeiten. Und habe da meine Ausbildung gemacht in dem Betrieb von meinem Vater. Es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und so habe ich auch sehr viel gelernt über Immobilien. Welche Immobilien kauft man? Wann kauft man sie? Was muss man tun, um sie noch teurer zu verkaufen? Oft hat mein Vater auch Immobilien gekauft, renoviert und einfach nur vermietet. So wie so eine kleine Kapitalanlage. Irgendwann habe ich dann Jenny kennengelernt. Jenny war damals mit mir in einer Schule. Wir haben uns in der Ausbildungszeit, irgendwann später haben wir uns getroffen. Zufällig wieder nach Jahren. Wir sind zu einem was trinken gegangen. Sie kommt aus einer sehr wohlhabenden Familie. Und ich komme aus einer sehr wohlhabenden Familie. Und haben uns ineinander verliebt. Wir haben uns verliebt, wir waren zusammen. Sie war erfolgreich, ich war erfolgreich. Ich habe viel Zeit mit ihr verbracht. Ich habe viel Zeit mit meiner Familie verbracht, mit meinen Eltern verbracht. Meine Freunde waren, ich hatte auch wirklich nur Freunde gehabt, die auch wirklich sehr erfolgreich waren. Mein Vater und meine Mutter sagen zu mir, Toni, wir wollen in den Urlaub fahren, an die Ostsee. Möchtest du mit? Ich habe gesagt, ich weiß nicht, ich muss das mal mit Jenny absprechen. Vielleicht gehe ich mit Jenny woanders hin. Ich sage, sprich das ab. Ich habe uns ein richtig schönes Fünf-Sterne-Hotel gebucht. Lass uns mal ein paar Tage an der Ostsee. Wenn du willst, nimm Jenny mit. Und wir gucken einfach, vielleicht können wir ja zu viert dahin gehen. Sag ihren Eltern Bescheid, ich lade die auch ein. Ich miete für die auch was. Ich habe gesagt, ich kleide das ab. Ich rufe Jenny an. Ich sage, Jenny, mein Vater würde gerne dich und deine Eltern einladen. Ostsee, richtig schönes Hotel. Geht alles auf ihn, ihr müsst nichts bezahlen. Sie sagt, ich spreche das ab. Ich sage dir Bescheid. Ich so, ja, okay. Zwei, drei Tage später. Meine Eltern fahren an die Ostsee in den Urlaub. Ich bin nicht mitgefahren. Jenny ist auch nicht mitgefahren, weil ihre Eltern wollten woanders hin. Ich bin mit Jenny woanders hingegangen. Meine Eltern sind an die Ostsee gegangen. Die sind ungefähr vier Tage, fünf Tage sind sie da geblieben an der Ostsee. Wir waren auch vier, fünf Tage woanders. Wir sind Richtung Schweiz gefahren. Schön Berge, Landschaft und sowas. Wir sind zurückgekommen. Und der Alltag fing wieder an. Wir hatten nur, diese paar Tage hatten wir uns freigenommen. Meine Eltern kommen zu Hause an. Ich bin schon zu Hause. Ich empfange die. Sie umarmen mich. Wie geht es dir? Wie war es in der Schweiz? Ich so, die Schweiz war richtig schön. Wir haben dies gemacht. Wir haben das gemacht. Wie war bei euch die Ostsee? Die sagen, Hammer. Wir sind da schön am Wasser spazieren gegangen. Sonnenuntergang. Wir waren lecker essen. Da kannst du richtig schön Fisch essen und sowas. Die haben mir alles erzählt, wie das so war. Ich so, okay, das hört sich sehr, sehr interessant an. Vielleicht komme ich nächstes Mal mit. Die sagen zu mir, ja, das wäre super. Toni, vertraue uns. Komm das nächste Mal mit uns mit. Oder geh du einfach mit Jenny dahin. Ihr werdet es nicht bereuen. Ich sage zu meinem Vater, geht auf dich. Er sagt, kein Problem, mein Sohn. Sohn und Mann. Geht alles auf mich, wenn du willst. Hauptsache, du bist glücklich. Ich liebe meinen Vater über alles, muss ich euch sagen. Und ich liebe auch meine Mutter über alles. Es gibt für mich wirklich keine Menschen auf dieser Welt, die so viel Liebe in sich haben wie meine Eltern. Mein Vater sagt zu mir, wollen wir heute Abend zum Italiener zusammen? Ich sage zu denen, ja, können wir gerne machen. Ich so, was wollt ihr da essen? Die sagen, bei Italienern geht man Pizza essen oder Pasta. Mein Vater war so richtiger, er ist nur in den nobelsten Restaurants wirklich essen gegangen. Ich sage zu ihnen, okay, komm. Wann? Er sagt, heute Abend 21 Uhr. Wenn du willst, wir treffen uns zu Hause. Wir fahren zusammen los oder wir treffen uns direkt da. Komm Jenny mit. Ich sage, nein, Jenny ist leider schon verabredet, aber wir gehen zu dritt. Er sagt, ja, okay. Wo? Ich habe gesagt, ich komme nach Hause, wir fahren zusammen los. Alles klar. Es ist 20 Uhr, ich war schon nach Hause, meine Eltern waren noch nicht da. Schnell geduscht. Feines Hemd angezogen, feine Hose angezogen, schöne Schuhe angezogen, Haare gemacht. Man hat uns einfach angesehen und es geht finanziell wirklich sehr gut. Ich steige in mein Auto. Eine fette S-Klasse hatte mein Vater mir gekauft gehabt, letztes Jahr zu Weihnachten. Meine Eltern haben mir geschrieben, wir treffen uns da. Ich so, ja, okay. Ich fahre los, ich treffe dir an der Tankstelle. Was macht ihr denn hier? Die sagen, was machst du hier? Ich habe gesagt, ich wollte mir ganz kurz einen Kaffee für unterwegs mitnehmen. Die sagen, wir auch. Ich sage, lass doch einfach dein Auto da hinten irgendwo auf dem Parkplatz stehen. Oder wir bringen dein Auto nach Hause, wir fahren zu dritt. Er sagt, willst du? Ich habe gesagt, ja, lass uns lieber so machen. Warum sollen wir mit zwei Autos fahren? Er sagt, ja, okay. Mein Vater fährt wieder Richtung nach Hause. Ich fahre ihnen hinterher. Die steigen bei mir ein. Wir fahren zum Italiener. Mein Vater bestellt sich eine Pizza. Meine Mutter bestellt sich eine Pizza. Ich bestelle mir eine Pizza. Wir sind am Essen. Mein Vater isst sein erstes Stück Pizza. Meine Mutter isst ihr erstes Stück Pizza. Ich esse mein erstes Stück Pizza. Wir reden, wir reden, wir reden. Mein Vater verschluckt sich. Er hustet. Meine Mutter nimmt das Weinglas und sagt, hier, trink mal einen Schluck. Mein Vater nimmt einen Schluck von seinem Wein. Und kam erst mal wieder zu sich. Meine Mutter sagt, ich muss kurz auf Toilette. Mein Vater sagt auch, ich muss kurz auf Toilette. Ich sage, ja, okay. Und ich bin an dem Tag so müde. Ich warte, ich warte, die kommen nicht. Ich stehe kurz auf. Ich sage zu dem Kellner, wenn meine Eltern gleich kommen, sage zu denen, ich bin vor der Tür, ich rauche einen, ich komme gleich. Ich bin vor der Tür. Zum kalten Wind zukommt. Ich rauche meine Zigarette. Mir wird es so schwindelig. Ich schwöre es euch, als hätte ich einen Schlag gegen meinen Kopf bekommen. Ich gehe rein. Ich halte mich irgendwo fest. Ich sehe vor dem Eingang, da ist also wie so eine lange Couch. Ich musste mich kurz hinsetzen. Ich gucke auf die Uhr. Es ist 21.30 Uhr. Ich lege mich hin. Ich mache meine Augen zu. Und alles, komplett alles, mein Körper, alles wird schwer. Richtig schwer. Ich habe keine Kraft mehr in meinen Armen. Ich habe keine Kraft mehr in meinen Beinen. Ich bin total überfordert. Ich schlafe ein. 21.30 Uhr. Ich schlafe ein. Irgendwann, ich erschrecke mich. Ich stehe auf. Ich gucke auf die Uhr. 22.30 Uhr. Ich stehe auf. Ich renne zum Tisch. Ich denke so, scheiße, mein Vater wird jetzt bestimmt gleich schimpfen. Ich sitze an diesem Tisch. Mein Vater und meine Mutter sind immer noch nicht da. Ich gucke Pizza. Immer noch ein Stück fehlt. Und hier fehlt auch noch ein Stück. Jani, die sind nicht wiederkommen, um weiter zu essen. Ich denke so, ich bin im falschen Film, Digga. Wo bleiben die denn? Ich gucke auf die Uhr. Egal, ich warte. Ich warte, ich warte, ich warte, ich warte, ich warte. 10 Minuten, 15 Minuten. Ich spiele ein bisschen mit meinem Handy. Ich telefoniere. Ich rede gerade über eine Immobilie. Der Kellner wollte gerade kommen. Er hat gesehen, ich rede gerade über ein fettes Geschäft. Er will mich nicht stören. Ich rede, rede, rede. Halbe Stunde vergeht. Ich bin am Telefonieren. Ich habe voll vergessen meine Eltern. Irgendwann, ich schläge auf. Ich denke so, vielleicht ist mein Vater was dazwischen gekommen. Er ist irgendwie weg oder so. Der Kellner kommt. Er sagt, soll ich abräumen? Ich habe gesagt, die drei Pizzen sind sowieso jetzt kalt, ja. Aber wo ist mein Vater und meine Mutter? Er sagt, ich weiß es nicht. Ich laufe runter zur Toilette, zur Männertoilette. Ich gucke, Papa, Papa, keine Reaktion. Ich gucke alle Kabinen durch, keiner da. Ich gehe raus. Auf einmal kommt eine Frau aus der Darmtoilette raus. Ich habe gesagt, ist da vielleicht eine Frau drinne? So und so. Sie sagt, nee, nee, da war niemand. Ich war die einzige Frau, die da drin ist. Ich so, wo sind die denn? Ich gehe wieder an den Tisch. Ich trinke meinen Wein aus. Der Kellner kommt. Ich habe gesagt, hat mein Vater denn wenigstens bezahlt? Haben sie die rausgehen sehen? Er guckt mich an. Er sagt, ich weiß nicht, wovon sie sprechen. Ich so, wie? Sie wissen nicht, wovon ich spreche. Er sagt, sie sind alleine hierher gekommen. Ich habe gesagt, ich bin hier mit meinem Vater und meiner Mutter hergekommen. Was reden sie da? Er verdreht die Augen und geht einfach weg. Ich rufe meinen Vater an, Mailbox. Ich rufe meine Mutter an, Mailbox. Ich gucke auf die Uhr, es ist 23 Uhr und dieser Laden hier hat bis 12 Uhr auf. Ich steige ins Auto, ich fahre nach Hause. Das Auto von meinem Vater steht nicht da. Ich gehe ins Haus rein. Ich rufe meinen Vater, keine Reaktion. Ich rufe meine Mutter, keine Reaktion. Ich rufe die wieder an, Mailbox. Ich fahre wieder zu diesem Italiener. Ich sage zu ihnen, ich bin vorhin mit meinem Vater und meiner Mutter hergekommen. Haben die nichts gesagt, wo die rausgegangen sind? Die waren doch schon hunderte Male mit mir hier. Die sagen mir, ich weiß nicht, was sie von mir wollen, aber sie sind alleine hierher gekommen. Ich habe gesagt, ich bin mit meinem Vater und mit meiner Mutter hierher gekommen. Mein Vater hat sich eine Pizza bestellt, meine Mutter hat sich eine Pizza bestellt und ich habe mir eine Pizza bestellt. Hier waren drei Pizzen auf dem Tisch. Wollen sie mir sagen, ich habe mir drei Pizzen alleine bestellt oder was? Er sagt zu mir, ich dachte, willst du mich verarschen? Ich raste aus, ich packe ihn am Kragen. Ich habe gesagt, wo sind meine Eltern? Man wollte mich verarschen oder was? Und dann ist mir eingefallen, da war eine Frau, die hat sich die ganze Zeit mit meinem Vater unterhalten. Eine andere Kellnerin. Ich sehe sie, als ich ihn packe, ich sehe sie im Hintergrund. Ich habe gesagt, diese Frau, die hat mit meinem Vater geredet. Rufen Sie sie her. Er ruft diese Frau. Die Frau kommt. Ich habe gesagt, ich weiß zwar nicht, was hier abgeht, ob das hier irgendwie ein schlechter Scherz sein soll, ob ihr mich irgendwie verarschen wollt oder sonstiges. Aber sie sind doch vorhin an diesem Tisch gekommen und sie haben mit meinem Vater geredet über irgendeine Immobilie, die sie von ihm gekauft haben. Richtig oder falsch? Sie guckt ihren Kollegen an, sie guckt mich an, sie sagt, tut mir leid, ich habe heute mit niemandem gesprochen. Ich kann mich daran nicht erinnern. Ich bin gerade erst hier hingekommen. Vor zehn Minuten. In dem Moment, ich raste aus, ich fange an zu schreien. Der eine sagt, ich rufe jetzt die Polizei, ich packe diesen Kellner, ich habe ihnen ein Ding verpasst, was überhaupt nicht meine Art ist. Keiner aus diesem Scheißrestaurant hat auf einmal meinen Vater oder meine Mutter gesehen. Ich bin durchgedreht. Die haben mich für verrückt gehalten. Die rufen Polizei. Die eine Frau fängt an zu schreien. Ich nehme Messer. Ich habe gesagt, wo ist mein Vater? Ich habe gesagt, wo ist mein Vater? Habt ihr meinen Vater entführt? Ich kriege richtig Angst. Ich bin doch nicht behindert, Mann. Ich bin mit meinem Vater und meiner Mutter hinkommen. Wir haben uns was zu essen bestellt. Ich war ganz kurz weg. Und jetzt auf einmal sind meine Eltern weg. Die sind nicht zu Hause. Handy aus. Auto nicht vor der Tür. Wollt ihr mich verarschen? Jeder von euch hat meine Eltern gesehen. Und jetzt auf einmal hat keiner meine Eltern gesehen oder was? Seid ihr behindert? Und der Typ fängt weiter an. Immer mir weiter einzureden, dass ich alleine reingekommen bin. Und immer mehr verliere ich die Fassung. Immer mehr verliere ich die Fassung. Polizei kommt. Und ich habe das Messer in der Hand. Und ich packe diesen Typen gerade. Und ich sage, ich will wissen, wo meine Eltern sind. Und ich raste gleich aus. Mein Herz fängt an zu explodieren gerade. Wo sind meine Eltern? Ich will sofort wissen, wo meine Eltern sind. Polizei kommt mit zwei, drei Polizisten ganz langsam mit Knarre und sagen, lassen Sie das Messer fallen. Sofort. Ich sage, ich lasse das Messer fallen. Aber wo sind meine Eltern? Ich will wissen, wo meine Eltern sind. Jetzt. Die sagen, wir wissen, wo Ihre Eltern sind. Lassen Sie das Messer fallen. Jetzt. Sonst schieße ich. Ich lasse das Messer einfach fallen. Ich lasse ihn los. Die kommen und packen mich, drücken mich auf den Boden, nehmen mich fest. Ich sitze im Polizeiauto. Die fahren mich zur Wache. Die sagen, was ist heute genau passiert? Ich habe gesagt, ich bin zur Arbeit gegangen. Ich bin nach Hause gekommen. Ich habe mit meinen Eltern vereinbart, wir gehen heute zum Italiener. Ich habe sie an der Tankstelle getroffen. Wir haben das eine Auto nach Hause gefahren. Wir sind dann mit einem Auto zusammen zu diesem Italiener gefahren. Wir saßen an dem Tisch. Die haben sich eine Pizza bestellt. Ich habe mir eine Pizza bestellt. Mein Vater hat einen Anruf gekriegt. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich bin kurz vor die Tür gegangen, habe eine geraucht. Mein Vater hat sich verschluckt. Hat einen Schluck Wein genommen. Ist auf Toilette gegangen. Meine Mutter wollte auch auf einmal auf Toilette. Beide sind auf einmal spurlos verschwunden. Und keiner in diesem Restaurant kann sich an meine Eltern erinnern. Ich fange an zu weinen. Ich bin so verzweifelt, Mann. Ich bin auf einmal traurig. Auf einmal fange ich an zu weinen. Vor dem Polizisten. Der Polizist sagt, warum weinen Sie? Ich habe gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung, warum ich gerade weine. Aber bitte, wo sind meine Eltern? Ich will das wissen. Er sagt, wissen Sie wirklich nicht, wo Ihre Eltern sind? Wissen Sie wirklich gar nichts? Und gucke mich richtig ernst dabei an. Ich sage zu Ihnen, nein, ich weiß nicht, wo meine Eltern sind. Ich fand meinen Eltern beim Italiener. Ich habe mit denen eine Pizza gegessen. Und ich vermisse meine Eltern. Ich will wissen, wo meine Eltern sind. Bitte. Auf einmal dreht er seinen Computer, diesen Bildschirm, Desktop. Und zeigt mir einfach ein Bild. Von dem Auto von meinem Vater. Ein Zeitungsbericht. Mann und Frau und Klammern, deren Alter, beide sofort tot. Das Datum ist schon zwei Wochen her. Ich gucke ihn an. Ich sage, was ist das? Was ist das? Er sagt, das sind Ihre Eltern auf dem Weg. Zur Ostsee. Schwere Naotunfall. Ihre Eltern sind vor zwei Wochen verstorben. Sie können heute gar nicht mit ihren Eltern beim Italiener gewesen sein. Ich habe das nicht verkraftet. Ich war total unter Drogen. Akute Psychose. Ich habe mir eingebildet. Ich konnte es nicht. Ich konnte das nicht akzeptieren. dass meine Eltern tot sind. Meine lieben, vollen Eltern sind tot. Alles in meinem Kopf ist durcheinander. Ich bin voll auf LSD. Ich habe eine akute Psychose. Ich kann nicht akzeptieren, dass meine Eltern tot sind. Ich habe mir eingebildet, dass mein Vater mich anruft. Ich habe mir eingebildet und eingeredet, dass meine Eltern mir sagen, lass uns zum Italiener. Ich habe mir vorgespielt, dass meine Eltern zu Hause sind. Ich habe mir vorgespielt, dass meine Eltern an der Aralthangstelle sind. Und es war alles so real. Es war alles so real. Ich bin zum Italiener gegangen. Ich habe drei Pizzen bestellt. Ich habe mich mit meinem Vater die ganze Zeit unterhalten. Mit meiner Mutter mich unterhalten. Ich habe für meine Eltern Pizzen bestellt, obwohl da niemand saß. Lass die Finger von Drogen. Sie können euer Leben zerstören. Es gibt Situationen im Leben, für die kann man nichts. Und es gibt Situationen im Leben, die kann man nicht ändern. Es gibt Situationen, die muss man einfach akzeptieren. Ob man will oder nicht. Und in so schweren Situationen zu Drogen zu greifen, ist der falsche Weg. Wie bei mir. Ich konnte es nicht akzeptieren, dass meine Eltern tot sind. Ich habe zu schweren Drogen gegriffen. Leide unter einer akuten Psychose. Und habe mir Dinge eingebildet, die gar nicht da sind. Und ich komme über den Verlust meiner Eltern nicht hinweg. Und konnte auch nicht akzeptieren, dass meine lieben, vollen Eltern nicht mehr da sind. Macht nicht denselben Fehler wie ich. Drogen ist der falsche Weg. Sie können euer ganzes Leben zerstören. Verdammt war das eine heftige Story. Oh mein Gott. Diese Geschichte ist vor einigen Jahren einem jungen Mann passiert. Vielen Dank für dein Vertrauen, dass du mir deine Geschichte erzählt hast. Das war geisteskrank. Mögen deine Eltern in Frieden ruhen. Und vielen, vielen Dank für dein Vertrauen. Danke, dass ich deine Geschichte hier erzählen durfte. Auch wenn du eine Geschichte hast. Am Ende jeder Geschichte wird die E-Mail-Adresse eingeblendet. Ihr könnt mir eure Geschichten per E-Mail schicken. Ach du Scheiße, war das eine heftige Story. Verdammt nochmal. Ich küsse eure Herzen. Ich bedanke mich vom ganzen Herzen für euren täglichen Support. Jeder einzelne von euch, der jedes Mal auf diesen Daumen hoch drückt und immer wieder kommentiert und mich supportet. Ich küsse dein Herz. Ohne dich wäre das Ganze nicht möglich. Folgt mir und mein Bruder Emilio. Wir küssten eure Herzen. Vielen, vielen Dank für alles. Euer Saeed Ibrahimovic.